Ja, Freunde, doch nochmal hallo zurück. Ähm, ja, im selben Teil doch nicht adieu, mhm. Denn, ich hab's jetzt gefunden, aber... Du brauchst 50.000. Mhm, das heißt, wir müssen noch irgendwo einen Auftrag machen. Ist das nicht toll? Toll, toll, toll. Da hat man sich richtig was überlegt, bei diesem Spiel. Geht mir aus der Sonne. So, und weil die Game so nett waren, fangen wir jetzt nochmal zu den Gelben. In der Hoffnung, wow. Dass die Mission relativ einfach und schnell geht und dass wir auch, ähm, ja, ja, einigermaßen gut dafür bezahlt werden. Entschuldigung. Aber ich glaub, das wird jetzt eh nicht mehr gehen, weil das wird wahrscheinlich wieder... Nein, jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Wieder zu wenig Respekt sein. Ja, oder? Es ist einfach nur eine Information. Ach, da steht doch unser erstes Auto noch. Ha, ist ja ein Ding. Oder? Doch. Ah, dergert. Dr. Lassrat hier. Die Saibasu und die Rednecks wünschen ein Friedensgipfeltreffen. Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen, um ein Experiment durchzuführen. Hol den alten Fabrik-Bus, dann erzähl ich dir von meinem Plan. Tja. So. Das ist doch, Mann. Das ist echt nicht mit Absicht, Leute. Nicht, dass er jetzt denkt, irgendwie würde er euch absichtlich hier überfahren oder so. Ach, da ist er doch schon. Ist ein Bus. Ja, klar, fahr mich um. Holst du erst die Redneck-Delegation vor Gobs' Laden in Mobili RV ab? Geil. Ich kann Bus fahren. Und ich muss Bus fahren. Wie hat sie? Ah, geil. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch hier möglich ist in dem Spiel. Ich glaube, ich fahr schon wieder gegen eine Einbahnstraße, genau. Ob es hier möglich ist, wenn wir an den Haltestellen anhalten, dass dann tatsächlich auch Leute einsteigen. Ich glaube, das ist nicht möglich. Ich glaube, das ist in gar keinem GTA möglich. Ich weiß es nicht. Aber in 4 war es leider auch nicht möglich. Da hätte ich es gerne mal ausprobiert. So. Tja, Freunde. Ansonsten. Oh, ich bin müde. Hallo, Busfahrer über Müdigkeit. Heute Morgen um 5 Uhr hat der Wecker geklingelt. Dann zur Prüfung noch vorbereiten etc. pp. Das war schon nicht gerade ohne. So, aber wo geht es jetzt hier zur Delegation? Ui. Lassen wir den Bus ganz. Fahr doch. Ui. Moment, ich glaube, ich muss da rein. Ja, es sieht ganz danach aus. Genau. RV. Ja, genau. Hier kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern. Ich fasse es nicht. So, drücke auf die Hupe. Moment, aber bevor ich das mache. Okay, da habe ich alles voll. Okay, wir müssen rein in den Bus. Kein Getränke. War nicht schlecht. So, dann hier wieder raus. Da oben hoch. So ein Scheiß. Na, das war auch wieder so klar. Und ich muss wieder in die völlig andere Richtung. Naja, das war vor allem hier vom Bus. Das ist jetzt auch nicht gerade sehr realistisch. Das war klar. Tja, das ist jetzt. Kann ich hier denn weiterfahren? Gibt es hier Straßen richtig oder? Naja, die geht hier. Oder? Ach komm. Dumm, dumm, dumm. Sehr schön. Das kommt davon, wenn man so ein schönes, langes Hack hat. Patsu, die machen hier sogar Werbung über Radio. Auch nicht schlecht. Okay, aber es scheint, als wenn wir hier tatsächlich richtig über die Straßen fahren können. Und ich glaube genau, dass wir hier auch tatsächlich hin müssen. So, wie komme ich jetzt da rein? Hier. Na ja, offizielle Wege sind es nicht. Aber, na ja. Und ich habe mir direkt meinen Bus kaputt gemacht. Kingas. Los, einsteigen. Nicht, ziehe ab ins Village und sammle dort die Batsu-Delegation ein. Na ja, okay. Ich bleibe hier mal direkt und versuche hier mal durchzukommen. Okay, das sieht mir hier nach Weg aus. Da ist sogar eine Straße. Ah, geht mir aus dem Weg. Das sieht sogar einigermaßen richtig aus. Moment, geht es da raus? Nein. Hä, wie? Wie soll man denn da drankommen? Habt ihr es gehört? Dü, 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 dü. Okay, da ist ein Stunt. Hier kann ich raus. Junge, Junge, Junge. Es gibt hier sehr viel zu entdecken, wie ich gerade feststelle. Vor allen Dingen, das komische war, auch die Waffe war Gold. Wieso schießen die auf mich? Seid ihr bescheuert? So, ich würde jetzt hier gerne irgendwie nach rechts. Und jetzt scheiße. Oh, jetzt ist mein Boot vorne. Boost vorne ganz platt. Jetzt irgendwie, nein, nach oben. Machen wir mal Platz hier. Komme ich da hin? Scheiße. Mann, pass doch auf, wo du hinfährst. Pass doch auf, Mann. Okay, The Village. Ja, ich bin richtig. Mann, sieht das geil aus hier. Ja, und gleich die Bullen wieder am Hals. Das kann nicht sein. Ich habe mit dem Bus null Chancen, den Cops wegzufahren. Ach, sie sind doch schon wieder weg. Das ist doch optimal. Ich wollte gerade sagen, warum ist die Kamera so nah? Immer schön einsteigen, liebe Z-Agenten. Aber keine Unterhaltung mit den Rednecks. Okay, nur noch eine Seibertzugruppe. Boah. Ja, kann ich jetzt hierüber abkürzen, oder? Nur fahr doch. Hallo. Alle an Bord? Boah, wie viele sind da jetzt drin? Jetzt gut aufgepasst, CRG. Bringen sie alle zurück in die Scientist-Forschungszentrum. In das Scientist-Forschungszentrum. Aber Hurtig. Gut, ich werde mich versuchen, Hurtig zu bewegen. Aber ich kann es nicht versprechen. Wow. Nein. Och, bumms die Henne. Bums die Henne. Freunde, bis gleich. So. Zweiter Versuch. Diesmal fahren wir langsam und vorsichtig. Und glaubt mir, Freunde, dieses Spiel verlangt einem jetzt hier schon wieder echt Nerven. Ich meine, gut, das war jetzt wirklich meine eigene Dummheit. Aber, ich meine, gut, wer hätte jetzt denken können, dass das Ding direkt in die Luft fliegt. So, ganz langsam und vorsichtig. Und wieder mit diesem tollen, wunderschönen, megagroßen Bildausschnitt können wir echt megaviel sehen. So, bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Jetzt mit dem Bus fahren ist zwar schon spaßig, aber, wenn man hier nur einen Ausschnitt von zwei Zentimetern hat. Mann. Wie weit geht das denn jetzt hier noch? Okay, also ich glaube doch, wir sind auf dem richtigen Weg, denn wir sind jetzt hier wieder bei den, äh, ne, bei den Gelben. Bei den Strombergs, genau. Mann. Fahr doch. Fahr doch, Mann. Warte, ich will hier... Runden... Nein, 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 nein. Nein, nicht schieben, nicht drücken. Den möchte ich mitnehmen. Ich möchte, ich möchte... Genau, hier runter. So, und dann... Okay. Wieder da hin, zurück. Nein, hier rein. Ja, scheint so. So, und jetzt? Gute Arbeit. Jetzt springen aus dem Bus. Ich und die SR-Klons übernehmen das hier. Hö, hö. Was passiert da jetzt? Okay. Hö, hö. Achtung. Komplett. Ja, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Ich sehe, dein Talent wird unter meiner Leitung gefördert. Hier sind 30.000 für deine harte Arbeit. Es war wirklich harte Arbeit, das muss man sagen. Ganz klare Kiste. So. Und ich glaube, ich glaube, hier irgendwo in der Nähe... Genau, hier sind noch meine schön geparkten Autos. Wir schauen jetzt noch mal auf meine Karte, die ich mir eben auch wieder reingezogen habe. So, wir sind jetzt hier unten. Das heißt, wir fahren hier wieder hoch. Dann hier rüber. Lago. Das ist sehr gut. Jetzt gleich nach oben. Nein, 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 nein. Komm, fahr weiter. Wormley. Das ist schon zu weit. Muss jetzt hier irgendwo sein. Die Jute Kirsche. Wollen wir mal die Kirsche im Dorf lassen. Ah. Immer diese Millimeterarbeit. Mann, 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 was mache ich hier schon wieder? Xanadu. Oder Xan... Doch, Xanadu. Es war zu weit. Nein, ach, Mann. Kingas, nee, warum? Warum kann man hier nicht irgendwo mal... zeigen? Pass mal auf, hier geht's zur Kirche. Warum geht das nicht? Oder dass man auf der Karte... Dass man überhaupt eine Karte hat, auf der man dann irgendwas eintragen kann. Ja, klar. Ja, Mann. Ey, wenn ich jetzt rumsgehe, ne? Ja. Ja. Lago, ich bin doch schon wieder... viel zu weit unten. Es wäre echt schön, wenn der Cop jetzt verschwinden würde. Es wäre echt superklasse schön. Wirklich. Wormley. Ne, hier irgendwo in der Nähe muss das doch sein, verdammt. Was ist das denn da Schönes da? Rechts. Mann! Da ist noch sowas. Granaten. Nein, wie ist das geil. Morten. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, ich bin da viel zu weit. Oder? Nein, ich bin richtig. Ich bin... Jesus safe? Ja, sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Ja, Freunde, so muss das sein und damit kann ich diesen Teil jetzt wirklich in Frieden beenden und wir sehen uns hoffentlich alle im nächsten Teil wieder. Da rennt ein Cop rechts neben mir. Ich sehe ihn. Also bis dahin, NRW bei 18. Adieu.